Guten Vortrag für heute zum Thema Neu-Sin-Design und welche Erfahrungen ich damit im letzten Jahr gemacht habe. Ich will erst kurz zeigen, wie die Idee zustande gekommen ist. Dann will ich kurz die verschiedenen Software-Programme vorstellen, mit denen ich in Kontakt gekommen bin während meiner Experimenten. Dann die üblichen Dateipomate vorstellen und welche Vor- und Nachteile wir jeweils haben. Dann kurz was zum Prototypenbau sagen, was es da für Möglichkeiten gibt oder auch nicht. Dann eigentlich auch zum Prototypenbau, wie weit es mittlerweile liegt, dass wir das auch schon selbst bauen. Und dann vielleicht auch einen kleinen Ausblick geben. Die Idee war ja, es ist eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr entstanden, beim ProHSW 2011, als wir dann abends noch im Restaurant waren und uns ein paar Gedanken gemacht haben. Da gab es ja einen schönen Vortrag von Christoph, wo wir uns so angeguckt haben, was man da machen könnte. Christoph hatte da zufällig einen Schweizer Taschenmesser und diese Fühler-Batterie-Erweiterung vom Shape-Racer fallen. Und hat dann mal angefangen, ein bisschen an der Erweiterung umzuschnitzen und das dann mal im Endeffekt so ein bisschen aufzubauen, dass man schon so etwas Gehäuse-Aimliches in der Hand hatte, praktisch Sonntag. Das sah dann am Schluss schon ziemlich nach Handy aus und nach Gehäuse aus. Hat eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht. Ja, sind noch ein paar Grümel im Anschluss. Das war dann eigentlich der Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass ich das erste Mal irgendwie so ein Modell von Shape-Racer in der Hand hatte, nämlich dieses weiße Batterie-Erweiterungsteil. Und an dem ich quasi so ein Interesse dafür entwickelt habe und gesehen habe, das geht irgendwie, da kann man was machen. Und habe dann mal angefangen, da mit auszuprobieren. Es gab ja schon vorher Versuche, einfach mal die Original-Daten, die es ja gab, von Okko bei Shape-Racer hochzuladen. Und so gucken, ob man das einfach drucken kann. Das hatte, glaube ich, Nikolaus auch schon mal ausprobiert gehabt. Das habe ich dann auch mal ausprobiert. Aber das Problem war eben, dass Shape-Racer diese Wanddicke nicht rufen konnte. Also wir haben hier in dem Spritzgrößendell eine minimale Wandhöhe teilweise von 0,1 Millimetern gehabt. Er hat so 0,1 und 0,4 Millimetern. Und das Feinste, was bei Shape-Racer wirklich geht, gescheit, sind 0,7 Millimetern. Und außerdem ist bei allen 3D-Druck-Verfahren auch noch so eine Schichthöhe zu beachten, die bei Shape-Racer ist bei ungefähr 0,4 Millimetern. Die hat man natürlich bei einem Spritzbus überhaupt nicht. Das war dann die Erkenntnis, dass die Modelle, die Originalmodelle, irgendwie angepasst werden müssen. Da habe ich mir dann die SDL-Dateien vom GTA 4-Driver runtergeladen. Und ja, dann ist erst mal die Suche losgegangen, welches Programm hat man als der besten. Nachdem ich dann das größte und bekannteste freie Programm, was man auch in der Linie benutzen kann, ist erst mal Blender. Dazu gibt es eine große Community. Da findet man viele Tutorials. Und dann habe ich mal angefangen, die Dateien da zu importieren. Das war auch relativ, ob es möglich ist. Blender unterstützt eine recht große Anzahl anzahlen. Die Formaten zieht dann so aus, wie hier auf dem Bild. Allerdings ist Blender eigentlich für Künstler gedacht. Um irgendwelche organischen Formen zu erstellen, um Animationsfilme zu machen, um Spiele zu machen. Und nicht für Konstruktionsarbeiten, wie irgendwelches Behäuse designen. Daher ist es zum Beispiel schwierig, irgendeine Brandstärke per Zahl auf ein Millimeter einzustellen. Da muss man sich ziemlich tief durch die Menüs klicken, um da solche Optionen überhaupt dran zu kommen. Trotzdem habe ich dann eigentlich angefangen, damit relativ viel zu machen, weil alles andere auf den ersten Blick nicht so gut war. Das hat auch zwei, drei Tage gebraucht, bis man es einigermaßen bedienen konnte und bis wir da ein bisschen eingearbeitet waren. Dann habe ich dann einfach mal angefangen, die ganzen Blende ein bisschen dicker zu machen und habe dann auch nach relativ kurzer Zeit einfach den Batteriendeckel da mal gedruckt. Der hat richtig gut auf das Originalgehäuse gepasst. Und da war meine Motivation natürlich gesteigert, da irgendwie weiterzumachen, weil es dann so gut geklappt hat. Und dann habe ich mich an die anderen Teile gemacht, wie zum Beispiel das Mittelteil, was man hier sieht, die aber wesentlich komplexer sind. Und bei Blender ist es eben so, dass im Endeffekt die Modelle alle als so ein Mesh, also ein Dreiecksnetz, aufgebaut sind. Und wenn man da jetzt was ändern will, muss man im Endeffekt die ganzen Punkte oder Kanten oder Flächen nehmen. Man muss die manuell einzeln, oder ja, man kann es auch kopieren, aber im Endeffekt muss man die einzelnen Punkte wirklich bearbeiten. Und das ist ziemlich mühsam und auch schwer rückgängig zu machen oder irgendwie zu automatisieren. Jetzt mal ein schönes Video kriegen, um zu kaufen. Das ist halt, wie das macht es. Ja, mit dem Blender habe ich es dann aber eigentlich geschafft, so ein ganzes, dass sie eben bei Shadeways getrugt werden konnten. Und ich habe jetzt hier auch bei mir schon seit einiger Zeit im Einsatz. Die funktionieren auch. Ich weiß aber, dass weiß auch, dass die günstigen Koffer sind. Ja. Also günstig vom Preis ist alles klar. Aber von der Nutzung her ist jetzt klar, schon sehr perfekt. Aber das ist einfach ein schwarzes, das können wir uns später mal angucken. Das sieht richtig schick aus. Das ist allerdings von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht zu vergleichen mit den Originalgehäusern. Und deshalb auch nicht für den massenweisen Gebrauch eigentlich zu genüssen. Ein anderes Tool ist FreeCAD. Was kostet das so ein Anzielstück? Weil es nun ganz schwarz oder weiß. Kostet zwischen 70 und 80 Euro bei Shadeways. Also das ist teuer, geht aber noch. Wenn es einer wirklich will, ist es eine Option. So für ein Stück, wenn man weiß, auf was man sich einlässt, dass es halt nicht die Qualität hat, wie es nun gespritzt ist. Aber doch brauchbar ist, dann ist es durchaus eine Option. Ja, FreeCAD, da habe ich jetzt erst am Schluss angefangen, ein bisschen mir das auch anzugucken. Da konnte man dann die Originaldaten von OpenMoco in den Step-Format reinladen. Und ja, es ist allerdings mit FreeCAD, ist zwar auf Konstrukteure ausgelegt und ist eigentlich, die versuchen so ein bisschen, das AutoCAD nachzuprogrammieren, sind aber bei weitem noch nicht darauf angelangt, dass es wirklich zu gebrauchen ist. Es ist ganz gut, um sich die Teile anzugucken, um Vergleiche zu machen. Aber wirklich mit der Oberfläche das zu bedienen, ist nicht kaum möglich. Allerdings gibt es ein Python-Interface und da kann man dann über das Script-Ding auch so Modelle aufbauen. Und da hat Nikolaus schon ganz tolle Experimente gemacht, dass man wirklich aus dem IDI-File von der Electronic und PCB die Daten exportieren kann und dann mit einem Python-Skript außen rum in die Gehäuse aufbauen kann. Sowas lässt sich dann mit FreeCAD schon realisieren. Ein anderes Tool, das in der Web-Web-Szene relativ verbreitet ist, ist das Open-S-CAD. Das hat mir auch eigentlich sehr gut gefallen. Das kann man nämlich so schön programmieren, wie man es gewohnt ist. Und kann quasi aus verschiedenen Primitiven, also man hat eine Kugel, man hat einen Quader, man hat noch einen Zylinder. Und daraus kann man sich dann eigentlich alle anderen Formen quasi durch Vereinigung oder Schnitt irgendwie zusammenbauen. Dann kann man verschiedene Variaten einführen. Man kann ein Inf abfragen, zum Beispiel sagen, um eine Variante setzen, will ich da halt an der Stelle noch haben. Dann setze ich die auf True, will ich da keine noch haben. Für eine LED zum Beispiel, dann setze ich die auf False. Und so kann ich dann auch im Nachhinein noch vielleicht nicht einfach sagen, die Variante will ich jetzt ohne Löcher, die nächste will ich mit. Und dann kann ich es ausdrucken. Wobei bei Blender müsste man dann halt wieder schon zwei Dateien haben, weil da sowas zumindest nach meinem Kenntnisstand nicht möglich ist. Großes Problem mit Open-S-CAD ist allerdings, dass es ein eigenes Format hat, das nirgends anders eigentlich unterstützt wird. Das heißt, man kann das Skript nur in den Open-S-CAD laden. Man kann dann das fertige Modell als STL-Datei exportieren, die eigentlich überall gelesen werden kann. Die allerdings nicht mehr weiter bearbeitet werden kann. Oder zumindest nicht mehr gescheit. Nur so wie Blender, dass man halt die einzelnen Punkte irgendwie durch den Raum schluckt. Aber ansonsten lässt sich damit eigentlich relativ nett arbeiten. Man kann halt alles, man definiert die ganzen Abstände und so weiter, 14 Zahlen. Das heißt, wenn ich ausmesse, meine Leiterplatte ist jetzt so viel Millimeter breit, dann sage ich einfach, mach mir einen Kasten, der so viel Millimeter breit ist. Und dann ist es auch so. Und die Zahlen stehen dann in Millimeter oder ist das in der Kvalentionszahlen? Kann ich ja auch Kommazahlen hinterher fragen? Ja, Kommazahlen geben und die Einheit ist im Endeffekt einhaltenlos. Das müsste dann, wenn du das STL mit deinem 3D-Drucker lädst, musst du auswählen, die Einheiten sind jetzt die Millimeter, sind Inch oder sind sonst irgendwas. Ja, ein anderes Tool, das leider keine freie Software ist, aber gibt es auch nativ für Linux, das ist noch Freeware, ist das Netfab. Das kommt von so einem deutschen Hersteller und es ist ganz nützlich zum Betrachten, weil es relativ effizient ist in Anzeigen von, also da lädt man im NTV auch wieder STL-Dateien rein, da kann man auch nicht mehr groß bearbeiten, aber es hat zum einen die Funktion, man kann sich alles angucken und dann eine sehr nützliche Funktion ist, das hat so eine Out-of-Korrektur-Funktion. Das heißt, wenn man irgendwelche Löcher von irgendwelchen tausendstel Millimeter drin hat, dann kann es das erkennen und kann die automatisch schließen. Nämlich die Dateien, die man unterladen kann im GH4-Server, die sind schon alle im Endeffekt kaputt. Und auch wenn man die jetzt im FreeCAD zum Beispiel lädt und dann wieder nach STL-Dateien exportiert, sind sie auch kaputt. Das funktioniert irgendwie nicht. Man kann die aber dann mit dem Programm öffnen, kann sie reparieren. Das habe ich leider erst nach einem knappen Jahr gemerkt. Vorher habe ich die ganzen Sachen korrigiert. Aber das ist auf jeden Fall ganz gut. Also hast du gelernt, wie du das korrigierst. Ja. Eine andere ganz praktische Funktion ist diese, das sieht man rechts am Bild, diese Slicence-Funktion, da kann ich mein Rail quasi aufschneiden und kann mir jede einzelne Schicht angucken. Und wenn man dann überprüfen will, weil man ja nicht immer so ganz durchgucken kann, kann man sich da die einzelnen Schichten angucken und das zum Gewerken im Endeffekt auch ganz nützlich. Also es gibt auch eine Version, aber dieses Netfab-Studio Basic ist was. Dann gibt es noch Inkscape. Das ist ein relativ frei verbreitetes Vektor-Grafik-Programm. Damit habe ich jetzt auch erst vor der letzten Woche angefangen, ein bisschen zu experimentieren, ob man da eben ein Gehäuse auch bauen kann. Dann eben nicht 3D, sondern die Idee war, dass man die einzelnen Schichten in 2D-Design und dann die aus dem Laser-Cutter zum Beispiel ausschneidet. Dann habe ich auch mal angefangen, so eine Front zu bauen, die man dann sich irgendwie aussägen kann und vielleicht daran, dass man Schichten in 3D auch bauen kann. Die Dateiformale habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich finde, STL ist sehr portabel, also eigentlich jedes 3D-Programm kann STL öffnen, wenn man es irgendwie ausprobieren will, muss es immer im STL-Format vorliegen. Allerdings hat es den Nachteil, dass es eigentlich nicht mehr gedacht ist, das weiter zu editieren. Man kann es mit Blender immer noch rumschieben, aber es ist sehr viel manuelle Arbeit und ja, halt auch noch paralytisiert und nichts. Es sind halt einfach keine Rohdarten. Es gibt Open-Source-Programme, mit denen man STL-Dateien betrachten, drucken und bearbeiten kann. Man kann einfach sagen, dass es so ein bisschen das PDF unter den 3D-Formaten ist. Da machen wir es dann mal rein, wenn man es eben weitergeben will, beantworten zum Betrachten oder zum Ausdrucken. Dann gibt es das STL-Format. Das ist, ich habe hingeschrieben, dass es halbportabel ist, weil ich so ein bisschen auch die Freie-Software abgezielt habe. In professionellen Programmen ist das STL-Format wahrscheinlich so das verbreiteste. Aber bei Freie-Software gibt es halt nicht, sondern ich will, es gibt das FreeCAD, mit dem kann man aber nicht wirklich was machen. Deshalb ist es so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, sage ich mal. Es ist editierbar. Es ist den Halt-Pro-Daten, das heißt, man kann wirklich jetzt, wenn man einen Step-by kriegt, kann man da Sachen löschen, wie irgendwie skanieren oder irgendwie arbeiten, Löcher reinmachen. Alles kein Problem. Weil Werkzeuge, wie gesagt, nur zu halten. Ja, es ist ein ISO-Standard. Und deshalb auch im professionellen Bereich vielleicht verbreitet. Wenn man da mal irgendwie wirklich eine Form für einen Spitzkusser, was man machen wollte, die müsste man das ja nicht damit machen. Ich denke auch, die wollen das ja als Step als Vorlage haben, so ein STL. Da fehlt dann irgendwie so Datenfunktionen, so Kurven, wie die Kurven sind. Ja. Und nicht aus 3. Und dann, das SCAD-Format ist eben überhaupt nicht programmabel, weil man es nur mit OpenSCAD-Funktion zurzeit nutzen kann. Allerdings ist es, auch wenn es nur mit dem Tool ist, aber es ist damit sehr schön zu bearbeiten, weil man hat einfach das Griff, und da kann man das beliebig verändern. Man kann es sogar mit einem Investionskontrollsystem irgendwo verteilt bearbeiten, das ist auch kein Problem. Es sind die O-Daten, das heißt, da ist wirklich jetzt drin, ja, das ist jetzt eine Kurve, die kann ich dann beliebig genau, je nachdem wie die Rechenleistung nicht verbraten wird, und es gibt eben das freie Werkzeug für OpenSCAD, mit dem ich so bearbeiten kann. Und das ist eben das Prinzip der Constructive Solid Geometry. Das heißt, ich habe die Primitiven, die ich vom Instrument habe, die ich dann halt irgendwie vereine oder schneide gegeneinander, so dass ich dann irgendeine komplexe Form herauskriege. Aber die Primitiven werden, sind also immer noch bekannt, dass das jetzt eine Kombination aus einer Kugel und einem Quader zum Beispiel ist, und ich kann dann ohne Probleme sagen, ich würde jetzt den Quader lieber einen halben Zentimeter weiter raushaben, und dann ist es halt so, beim Gegensatz zu FreeCAD und dem Step-Format, in dem werden immer nur die Umrisse gespeichert, wenn ich das dann einmal so gemacht habe, dann kann ich nicht mehr sagen, ich würde jetzt den Quader weiter rausschieben, sondern ich muss dann wieder die Schritte zurückgehen, an der ich die Quader erstellt habe, ich muss ihn verschieben und dann wieder die Kugelwärts rumnehmen können. Das ist der Vorteil dafür. Ja, und für so 2D-Modelle, die ich mit Regenscape zum Beispiel vorhin gezeigt habe, da wird man halt einfach SVB nicht. Da konnte ich noch eins erledern, und zwar ist es noch QCAD oder QCAD, das ist ja da, ich weiß, ob es halt selber, und was man gerade nimmt für CNC-FW-Maschinen, auch Laser, ist jetzt das CF-Format, das kann man auch gut extradieren zum Beispiel, das geht echt klasse. Das ist auch ein Lärm, aber bei XCAD kann man es sogar auch als DXF. Ja, ich kann es extradieren, ja. Aber ich finde, das ist auch irgendwie einfacher, weil der hat ja gute Funk-Funktion. Und dann geht es weiter mit dem rotofilten Bauer. Da habe ich ja angefangen mit Shapeways, das ist so ein bisschen, kann man sagen, also das ist erstmal so ein Dienstleister für Tailletro, da kann man online seine STL-Dateien hinschicken, und kann sie sich dann bestellen, das sind halt je nachdem, je nach verbrauchten Material, unterschiedliche Geld. Dann bestellt man das, dann dauert es relativ lange, meistens so um die zwei Wochen, von 10 Euro Versand, weil es, glaube ich, aus den Niederlanden immer geschickt wird. Und dann hat man es aber auch. Und da sieht man so die ganzen nötigen Teile für so ein GTF-Gehäuse, die ich da gemacht habe. Wie man rechts sieht, manche Leute haben es auch schon wirklich jetzt im Einsatz. Das ist, glaube ich, das Gehäuse von Vadeck, da hat es sich in den tschechischen Nationalfrauen ausgetrunken. Es gibt, glaube ich, zwei, drei Leute, die es einsetzen, und das ist für Einzelne durchaus brauchbar. Es ist billiger geworden, oder? Es ist billiger geworden. Es ist ein bisschen billiger geworden, ja. Wir erinnern öfter was, sie haben experimentiert nicht mehr mit neuen Materialien. Es gab neulich zum Beispiel so ein gummiartiges Material, das man sich auch zusammenkriegen konnte. Sie haben wirklich eine recht große Auswahl an Materialien, allerdings sind die meisten für uns nicht zu gebrauchen, weil sie zum Beispiel nicht temperaturresistent sind, und man muss es dann wegschließen oder was irgendwie Keramik ist, was es nicht so genau rufen kann. Es gibt nur eine Handvoll Materialien, die wirklich die Anforderungen, die das Gehäuse stellen, erfüllen können. Ich glaube, es sind Materialien, aber im 3D-Druck, die so auf 50, 60 Gramm schon weich werden. Ja. Das finde ich, wenn es rausgewiegt. Ja, wir sind nur zu leich bei 60 Gramm schon. Wir hatten schon ein kürziges Case. Dann im Endeffekt ein Konkurrent von Shadegrace ist das Bi-Materialize. Ist vom Prinzip her ähnlich, mal lädt es einen Modell hoch, und dann kann man es bestellen. Die haben ein bisschen andere Materialien im Angebot. Da gibt es zum Beispiel dieses PDF-12 genannte Material, von dem das Bild oben rechts ist. Das hat ein anderer Mensch aus unserer Community mal auch das Gehäuse ein bisschen bearbeitet und dann bei dem drucken lassen, weil das bei Shade-Bass eben nicht geklappt hat, weil die irgendwie nicht nach Russland schicken, bei euch nicht gucken. Und der hat gesagt, und es sieht auch auf dem Bild so aus, dass es passt von der Qualität oder von der oberflächlichen Beschaffenheit her, so ist wie das gespritzte Gehäuse. Allerdings ist es relativ teuer. Und auch, was bei denen vielleicht hervorzuheben ist, die haben ein Material, das komplett transparent ist, und es auch so detailliert drucken kann, dass man eben zum Beispiel den Power-Knopf vom Original-Gehäuse nachbauen kann. Der ist ja ganz fein und wirklich transparent. Und der hat auch den ausgedruckt, also man kann es hier unten, kann man es leicht erahnen, der Knopf ist wirklich auch auf dem 3D-Drucker ausgedruckt. Allerdings ist es auch ziemlich teuer. Ist das transparente Material teurer? Ja. Ich glaube, der Knopf kostet zwischen 10 und 20 Euro. Das ist ziemlich teuer. Ja, die Mörder ist bewusst, ne? Das ist auch ein Spritzbus. Die Form für den Knopf hat man irgendwo angefangen. Wenn man den Knopf machen lässt, war irgendwie 2.000 Euro. Die Form, der Knopf selber war dann 7.000 Euro. Das ist ja in der Stunde. Sehr schön. Na ja. Dann die dritte Alternative, die jetzt mit meinen Gedanken so ein Schichtengehäuse zu bauen aufgekommen ist, ist der Formulo. Das ist im Endeffekt kein 3D-Druck-Service, sondern ein Laser-Cutting-Service. Da lädt man eben seine 2D-Zeichnung hoch, so wie hier von den Gehäusern. Das ist zum Beispiel so ein Slice, den ich mit Netflap gemacht habe. Die kann man da hochladen. Dann gibt es eine ganze Reihe an Acrylglas oder Holz oder Pappe, Stoffe, also die haben wirklich alles. in allen möglichen verschiedenen dicken Farben, transparent, nicht transparent, matt, glänzend. Da gibt es eine Riesenauswahl und dann kann man sich das da rauslasern lassen. Und meine Idee war, da gibt es dieses Pivo genannte Gehäuse für den Raspberry Pi. Und wir haben das eben auch aus verschiedenen Schichten, aus Acrylglas rausgeschmitten und dann eben an den Rand für Schrauben eingemacht. Oder ob man nicht sowas vielleicht auch mit unserem Handy machen kann. Allerdings... Das Problem ist glaube ich vor allem dann die Knöpfe und so. Der hat keine Knöpfe, wenn du da irgendwelche Mechaniken reingekriegst. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Da muss man sich schon überlegen, indem man die Schichten auch aufbaut. Auch ein Problem sind die Löcher, die dann, weil du musst ja dann die Schicht geben, wo du dann rechnen. Und dann hast du im Endeffekt zwei Teilen wieder auseinanderfallen. Also da muss ich schon noch weitergehen. Das so, die können wir nur durchschneiden. Die können nicht. Also ja genau, du hast immer nur eine Ebene. Sollst du mal die Fräsen? Ja, ich habe noch nie dort bestellt, aber ich will jetzt mal, ich habe jetzt ja gerade ein bisschen angefangen. Es gibt ja auch die Firmen, das Fräsen, also Fräsen, das ist vielleicht besser bei der Schrauben. Ja, nur bestimmte Strativen reinmachen. Da machst du dann noch zwei, drei Schichten. Der ist ganz neu, der schafft auch eine relativ gute Auflösung. Der Ultimaker. Da haben wir dann auch gleich mal, ich war jetzt bisher zu einem dort, haben wir gleich mal angefragt, das Gehäuse, oder einen Teil zumindest, davon auszudrucken. Das habe ich auch dabei, das kann ich später noch gut zeigen. Allerdings ist der Druck ein bisschen missglückt, weil die Einstellungen nicht gepasst haben. Das war dann in der Eile mal kurz reingeschmissen. Aber man sieht schon, dass die Qualität im Vergleich zu dem Teil, das wir mal auf einem relativ alten Rap-Rap auf der Frossein gedruckt haben, wesentlich besser ist. Und wenn man da gescheite Einstellungen nimmt, dann macht das glaube ich auch schon einen ganz guten Einfluss. Ja, dann weiter zur Güte zuhälften. Wir haben hier, wenn es ja Frené sein, gefräst ist und tiefgezogen ist, ein Kreu ist drauf, dann ist das aus Holz gefräst, hier vom Warek, und hier noch die ersten Experimente zu so einem Schichtenmodell. Aber auch der Gedanke, diese Schichten, den kann man vielleicht auch ganz leicht und günstig selber mal irgendwie aus Pappe für den Ruben aus schneiden. Das ist noch so ein Friedhaus. Ja. Das ist aber schön. Das ist die Fasermatten. Ja, es gibt jetzt ja auch auf der Mendingliste, die Diskussion, ob man nicht irgendwie eine Form, zum Beispiel Drogenköttel, in dem man jetzt, was ich selbst händisch irgendwie gießen kann. Ich habe es mal mit dem, ich weiß, das heißt, das ist immer ein Genosil, wenn das, das wird das Fetzabdichtung, oder sich die, also gut, wie heißt das, das habe ich noch versucht, aber das kriegt von einem schlechten Beraus. Das ist jetzt nicht im Dissensstörer. Ja, aber ich denke, da gibt es schon einiges Potenzial und einige Richtungen, die man ausprobieren kann. Und ich glaube auch, dass die 3D-Drucker, die günstigen für 1.000 Euro, 2.000, 2.000 Euro, werden auch immer besser, wenn man da ein Jahr oder zwei wartet. Und kann man damit vielleicht auch schon wirklich was produktionsnahes, irgendwie gestern war, was bei Heise, das irgendwie, im Moment im Verantwurzungen in der Messe ist und da gibt es jetzt einen kommerziellen 3D-Drucker für 1.500 Euro, wo man dann den Kunststoff in den Kassetten bekommt. Das sieht gut aus. Scheint auch eine ganz ordentliche Qualität zu haben. Und das ist die nächste Generation von den kommerziellen Gerätvorstellern, da kann man auch schon Menge machen. Wobei der hier von der Schichtkirche, von der Objekte her, hat natürlich mehr als das Doppel geschafft, als der andere. Das glaube ich sofort. Das war komerziell noch hinterher hin. Das war der Einzige, der es geschafft hat, mit 10er Mutter, vorne die Beschriftung noch drauf zu tun. Sie haben alle versagt, mit 10er Mutter, die 10er noch nicht drauf tun können. Wobei die Maker-Bots, die wir uns ja auch in das kommerzielle Geschäft rein mitgestiegen haben, Metallrahmen, alles schon professionell, Material. Eben gescheit. Die truppen glaube ich so eine ähnliche Qualität wie der Ultimaker. Die sind aber ein bisschen teurer. Ich weiß nicht, ich habe gehört, dass sich der Stahlrahmen schon auch auswirkt von der Qualität her, weil der Immigration besser abfängt. Ich bin ja viel in solchen Spießformen unterwegs. Diese ganzen kleinen Teile, die zusammenfrausen, die haben mittlerweile fast alle mit dem Laser ausgeschnitten. die haben alles in den Trumpflaser-Maschinen da. Und das kann man mit dem Stützern auch machen lassen. Also wenn man jetzt nicht bis drei Stück hat, dann kann man sich das ja auch machen lassen. Also quasi das Laser-Anschneiden. Das Haus-Anschneiden. Ja. Das ist kein Problem. Und die Schnittkanten, die sind wirklich schon sehr, sehr gut. Es gibt auch andere Systeme, die in der Lage sind, eine sehr gute Digitalität. Die Firma Kjellberg in der Nähe von Morin, die haben so seit Jahrzehnten schon waren die so in den Kasmarschneidenrichtungen und die haben den High-Focus-Feinstahl jetzt entwickelt, seit ein paar Jahren und die sind da also ganz tätig. So ganz saubere Schnittkanten dann hinzubekommen. Sieht fast aus, umso aus wie mit dem Laser. Aber verbreitet das, glaube ich, schon gewesen. Mittlerweile. Ja. Ja, da muss man mal ein bisschen in die Richtung gehen. Ich war da vor zwei Jahren, das war jetzt erst einmal auf der Euroblech-Messe in Hannover. Und da kamen diese Firmen 10, die haben da gigantische Stände aufgebaut, die haben da was der Stand kostet. Das sind Millionen, was der Stand allein kostet. Wir haben da ein rechtes Restaurant auf Stützen aufgebaut und unbeschrieben, diese ganzen Laser-Maschinen und geben dann auch gerne so kleine Musterstüchen mit, wo man sowas als Erinnerungsstückchen mit nach außen nehmen kann. Das ist interessant vielleicht auch für den Bereich, dass man da noch da hinkommt. Vielleicht brauche ich noch die Müssen. Ich muss ja nicht bei den Flüchtlingshafen auf der Messe nicht mehr brauchen. Hast du die wieder fallen? Ich habe mir weiter drüber gedacht. Kann sein, dass es in der Kiste ist. Ich weiß nicht, wie wir lernen. Wir waren ja auf der Plastikverarbeitungsmesse und da haben wir das auch einiges. Es ist dann halt nach Richtung man kann in beide Richtung. Also 3D-Druck habe ich jetzt schon eigentlich das ganze letzte Jahr mit verbracht. Das Schneiden oder Lasern, da kann man denke ich noch tiefer rein. Da geht vielleicht noch weiter. Letztes das war auch eine Firma, die sich nur auf Bleche schneiden. Da sind wir ja eigentlich schon bei den Ideen und Vorschlägen. Da sind jetzt eigentlich so die ganzen eher professionellen Sachen aufgelistet, weil das Fazit eigentlich ist, mit den Mitteln, die man so hobbymäßig für kleines Geld eben wo man mit der Dienstleister Probleme zu bestellen kann. Die liefern einfach nicht die Qualität, die man braucht, um es im großen Stil zu verkaufen. Bei Shadeways oder ähnlichen Dienstleistern kommt sowas raus, was man durchaus jetzt unser einer als Entwickler aber so im täglich benutzen kann. Das ist das schönste Handy und fühlt sich ja, es ist ja ein bisschen rau, aber es fühlt sich eigentlich sogar ganz angenehm an und kann auch ganz schick aussehen, wenn man es in schwarz hat. Dann das Laser Cutting, würde ich wie gesagt noch ein bisschen weiter recherchieren. Ja, Formenbau, da ist die Frage, ob man sowas vielleicht selber präsen kann mit dem ACNC. Ich versuch's den kann, ich hab's nicht an bestellt. Und dann die Wrap-Map ist es natürlich weiter verfolgen, wie sich weiter entwickeln oder auch kommerzielle da kann man wahrscheinlich mit einiges machen. Ja, das war's dann eigentlich so weit von mir. Vielen Dank. Also wir haben früher mal, ich hab gelacht, dass es in so einer Firma, die hat so kleine Radios hergestellt, vor 25, Anfang, Ende der 17er Jahre war das. Also da waren die Oberflächen durchaus alles auch so. Also ich bin es nicht schlecht. Ja. Wir haben gestern gemeint, das ist die Fingerpfeile für die Damen. Achso. Das ist nicht nur ein Handy, sondern das ist gleich drauf. Ja, muss man alle die Pfeile. Ich finde, es fühlt sich gut. Ja, ich bin es auch der 2.1. Das habe ich jetzt. Warum? Das ist auch eine Schweizerlaufe. Das ist auch der 2.1. 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 Das ist auch der 1. Ja. Das ist auch der 3.2. Ja. Gut, dann kann man jetzt zum T 보면. Vielen Dank.